Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Kaderplanung für den 1. FC Heidenheim. Heidenheim spielt ja als Bundesliga-Aufsteiger eine unglaublich starke Saison. Aktuell hat man 33 Punkte auf dem Konto und steht auf einem richtig guten Tabellenplatz 10. Damit ist sogar auch Europa theoretisch noch möglich, denn Platz 7 ist gerade mal 3 Punkte weg. Aber natürlich gilt auch bei Frank Spill in seiner Mannschaft erstmal die Konzentration auf dem Klassenerhalt. Sprich, der ist noch nicht ganz klar, noch nicht offiziell, aber nach dem Sieg gegen Bayern kann man auf jeden Fall diesbezüglich optimistisch sein. Und damit ist natürlich auch logisch, dass die Planungen für die kommende Saison auf jeden Fall schon beginnen werden und darauf blicken wir eben auch mal heute. Welche Spieler könnten Heidenheim im Sommer trotz Klassenerhalt verlassen? Welche Spieler könnten vielleicht den nächsten Schritt gehen? Und auf welchen Positionen braucht Frank Schmidt somit auch mögliche neue Spieler? Es geht jetzt zwar nicht um konkrete Transfervorschläge, aber wir blicken eben auch dann auf den Kader der neuen Saison auf eine potenzielle Startelf und all das in der Kaderplanung für Heidenheim. Zugegeben ist Heidenheim kein Verein, über den ich schon allzu viele Videos gemacht habe. Das letzte gab es hier auf Kickoff, speziell mit dem FCH im Bundesliga-Check vor der Saison. Aber ich finde, es ist ein sympathischer Verein mit richtig guten Spielern eben auch und deswegen wird es interessant sein, wie sich der Kader verändert. Legen wir es mal los auf der Torwart-Position, wo wir aktuell Kevin Müller, Vitus Eicher, Paul Czernuth und Frank Feller unter Vertrag haben. Kevin Müller ist ja die klare Nummer 1 und bereits seit 2015 im Verein. Es heißt zwar auch immer wieder, dass Müller es auch schon irgendwo nochmal reizen würde, vielleicht nochmal ins Ausland zu wechseln, im Ausland zu spielen. Aber natürlich ist er auch rein familiär, mittlerweile sehr verbunden mit Heidenheim als gebürtiger Rostocker und da passt auf jeden Fall schon sehr viel zusammen. Kevin Müller ist ein starker Rückhalt und wird das auch in der kommenden Saison so sein. Mit Vitus Eicher hatte der FCH ein Backup hinter Müller, der in der aktuellen Saison einmal im Pokal gespielt hat. In der Bundesliga saß er bis auf ein einziges Spiel immer auf der Bank und ich denke mal als Nummer 2 wird Eicher auch bleiben. Paul Czernuth ist ja seit 2021 im Verein, ist nominell die Nummer 3 und da ist eben dann so ein bisschen die Frage, wie planst du mit den beiden jungen Keepern hinter Müller und Eicher? Ich denke mal auch Czernuth will auf jeden Fall mehr als nur die Nummer 3 zu sein, aber ich schätze bei ihm es eher so ein, dass er dann eben auch hier erstmal bleiben wird. Frank Feller ist ja ein Eigengewächs, der noch ohne Profispiel ist, aber auf jeden Fall ein Keeper sein soll, der Potenzial mitbringt. Deswegen glaube ich, dass einer von Czernuth und Feller wechseln wird. Ich bin hier eher bei Frank Feller. Ich denke mal, er wird dann möglicherweise in der kommenden Saison ausgeliehen, um auf einem etwas höheren Niveau regelmäßige Spielpraxis sammeln zu können. Während dem Tor, also zumindest mal in Sachen Startelfkandidat und Ersatz alles so bleibt, wie es ist, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in der Abwehr einige Veränderungen sehen werden. Blicken wir erstmal auf die Innenverteidigung mit Patrick Meinker, Tim Siersleben, Benedikt Gimber und Thomas Keller. Patrick Meinker ist ja der Kapitän vom 1. FC Heidenheim, ein Anführer, der ihm es auch geschafft hat, sich als Abwehrspieler noch so zu entwickeln, dass er den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Er hat in jedem einzelnen Spiel von Anfang bis Ende auf dem Platz gestanden. Auch das ist ein klares Zeichen für seine Qualität. Ich kann mir zwar auch vorstellen, dass hier andere Vereine hellhörig werden, um vielleicht Patrick Meinker zu verpflichten, aber er wird auf jeden Fall bleiben. Tim Siersleben war ja der Innenverteidigerpartner von Meinker in der vergangenen Zweitligasaison, war dort auf jeden Fall gesetzt und wurde auch deswegen im letzten Sommer fest verpflichtet. Allerdings ist er mittlerweile nur noch der Ersatz in der Innenverteidigung und ich glaube nicht, dass er damit zufrieden sein wird. Hier könnte ich mir einen Abgang vorstellen, sowohl per Leihe als auch per Verkauf. Und dann braucht es natürlich logischerweise auch hier einen neuen Innenverteidiger und auch schon auch einen potenziellen Stammspieler, der zwar erstmal als Ersatz eingeplant ist, aber auf jeden Fall das Potenzial haben sollte, Gimber oder Meinker ab und an mal zu ersetzen. Damit kommen wir zu Benedikt Gimber, der im letzten Sommer aus Regensburg gekommen ist und eigentlich erstmal als Backup für die Sechserposition eingeplant war. Aber Gimber hat es dann von Woche zu Woche besser gemacht, sich natürlich auch Frank Schmidt im Training angeboten und als Innenverteidiger festgespielt. Logischerweise wird Gimber auch bleiben. Thomas Keller ist ja aktuell in seinem zweiten Jahr beim 1. FC Heidenheim und hat sich ja ein Kreuzmatris zugezogen. Somit kann man gar nicht so richtig mit ihm planen als Innenverteidigeroption, weil er ja auch zuvor in der zweiten Liga sich noch nicht durchsetzen konnte. Aber ich denke mal auch ein Transfer ist bedingt durch die Verletzung erstmal unwahrscheinlich. Und auch deswegen sieht der grundsätzliche Plan es ohnehin vor, noch einen Innenverteidiger hinzuzuholen, um eben auch einfach dann vier vernünftige Optionen zu haben, weil die Zweifel bei Keller auf jeden Fall da sind. Bleiben wir damit in der Abwehr und schauen weiter auf die Außenverteidiger, wo wir ja aktuell Omar Traoré, Manon Busch, Norman Teuerkauf und Jonas Föhrenbach unter Vertrag haben. Omar Traoré ist ja im letzten Sommer vom VfL Osnabrück gekommen, nachdem er dort in der dritten Liga eine richtig gute Saison gespielt hat. Und trotzdem war natürlich der Sprung von Liga 3 in die Bundesliga auf jeden Fall ein sehr großer und überraschend stark präsentiert sich Traoré als rechter Verteidiger. Er hat sich auf dieser Position durchgesetzt und wird auf jeden Fall auch in Heidenheim bleiben. Manon Busch ist natürlich dadurch der Leidtragende, der in den letzten Jahren sich zu einer wichtigen Säule unter Frank Schmidt entwickelt hat, aber eben dadurch nur noch Ersatz ist. Ich bin mir sicher, dass Manon Busch damit nicht zufrieden sein wird und damit eben auch die Optionen bekommen wird, im Sommer zu wechseln. Ich gehe davon aus, dass Busch geht. Er kann eben auch einfach dann zum Beispiel bei anderen Zweitligisten ein wichtiger Bestandteil sein. Damit ist aber auch klar, suchen wir einen neuen Rechtsverteidiger. Natürlich könnte es auch mal sein, dass Omar Traoré ab und an meinem rechten Mittelfeld spielt. Ich würde ihn aber schon auch eher als Stammspieler einplanen. Und auch hier wäre es durchaus typisch Heidenheim, einen eher jüngeren Herausforderer an Bord zu holen, der vielleicht auch nochmal im Vergleich zu Traoré und Busch ein bisschen defensiv stärker ist. Norman Teuerkauf ist ja ein unglaublich erfahrener Spieler, sowohl in Liga 1, 2 und 3, der auch weiterhin wichtiger Bestandteil ist in Heidenheim und auch auf 20 Saisonspiele kommt. Es war eher der Ersatz, vor allen Dingen auch eben dann auf der Position des linken Verteidigers, aber ist ja auch durchaus flexibel einsetzbar und bleibt auf jeden Fall wichtig. Deswegen scheint wohl auch eine Vertragsverlängerung gut möglich zu sein und damit bleibt Teuerkauf beim FCH. Jonas Föhrenbach ist ja ein absoluter Stammspieler auf der Position des linken Verteidigers, spielt eine gute Saison und hat ja auch noch Vertrag bis 2027. Also die Vorzeichen sind auf jeden Fall klar, das passt perfekt und somit haben wir eben dann hier auch Föhrenbach weiter als Stammspieler. Und natürlich hätten wir dann noch grundsätzlich hinter Föhrenbach zum einen Teuerkauf, aber eben auch Eigengewächs Sidi Yaryu. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus, aber trotzdem würde ich hier sogar nochmal nach einem Neuzugang suchen. Auch hier kann es Sinn machen, ein junges Talent Ex in den Zut zu holen, um es hinter Föhrenbach zu fördern, mit natürlich aber auch dann dem klaren Ziel, möglicherweise sich als Stammspieler durchsetzen zu können. Unter Frank Schmidt agiert der Heidenheim durchaus flexibel, was das Mittelfeldzentrum angeht. Meistens mit einem Sechser, ab und an mal mit einem Zehner direkt davor und einer Doppelspitze. Die letzten Wochen war es aber dann eher teilweise eine Doppelsechs mit einem Sechser, einem Achter und einem Zehner davor. Also man ist dort durchaus flexibel aufgestellt, umso wichtiger genau für diese Position auch passende Spieler zu haben. Aktuell sind das Lennart Meloni, Jan Schöpner, Kevin Sesser, Adrian Beck und Dennis Thomalla. Lennart Meloni hat ja bislang eine wirkliche Top-Saison hingelegt, sie auch sehr, sehr schnell an die Bundesliga gewöhnt und ist ein unglaublich starker Sechser. Auch deswegen ist es logisch, dass es Interesse an Lennart Meloni gibt, auch bedingt dadurch, dass sein Vertrag nur noch bis 2025 läuft. In der Planung jetzt mal hier für die kommende Bundesliga-Saison kann man ja davon ausgehen, dass es auch erneut nur darum gehen wird, die Klasse zu halten. Und für diese Zielsetzung wäre natürlich Meloni eine unglaublich wichtige Säule. Also wenn er gehen sollte, wäre das auf jeden Fall ein herber Verlust. Ich kann es mir aber tatsächlich auch gut vorstellen, weil er eben auch genau jetzt die Chance hat, nach einer so guten, erfolgreichen Saison den nächsten Schritt zu gehen. Und da werden auch einige andere Erstligisten dran sein. Und klar ist, Lennart Meloni muss dann natürlich ersetzt werden. Klar, mit Julian Nihuis kommt vom 1. FC Kallerslautern ein weiterer Sechser hinzu. Den würde ich aber eher als Backup einplanen, denn eigentlich hatte man ja auch Gimba für die Position des Sechsers als Backup eingeplant. Da wusste ja keiner, dass er sich so gut als Innenverteidiger entwickelt. Also für mich ist Nihuis erstmal als Backup eingeplant. Und deswegen muss hier auf jeden Fall auch dann ein Sechser her mit der Qualität eines Stammspielers. Natürlich haben wir auch Jan Schöppner noch mit dabei, der zu Beginn der Saison relativ wenig gespielt hat, die letzten Wochen aber wieder gesetzt war. Der eben dann mal Sechser mal Achter spielen kann. Auch sein Vertrag läuft nur noch ein weiteres Jahr bis 2025. Vielleicht bleiben Meloni und Schöppner. Wenn Meloni geht, wird Schöppner aber auf jeden Fall bleiben, um im Mäzen nicht einen allzu großen Umbruch zu haben. Kevin Sesser kommt in der aktuellen Bundesliga-Saison meistens auf Joker-Einsätze, wo er aber auch immer und immer wieder gute Ansätze zeigt. Entweder mal als Achter oder auch mal als rechter Mittelfeldspieler. Und deswegen sollte man schon auch eine Vertragsverlängerung anstreben. Denn sein Vertrag läuft aus und trotzdem kann es auch für Sesser eine gute Option sein, sich weiter unter Schmidt zu entwickeln. Und trotzdem habe ich hier dann nochmal direkt ein Fragezeichen mit beigepackt, denn hier muss auf jeden Fall noch ein neuer Achter her. Denn Kevin Sesser könnte in der kommenden Saison eher auch fix als rechter Mittelfeldspieler eingeplant sein. Und Heidenheims Problem im Mittelfeldzentrum ist ohnehin, dass dort etwas mehr spielerische Qualität auf jeden Fall gut tun würde. Adrian Beck pendelt ja in der aktuellen Bundesliga-Saison zwischen Bank und Startelf. Zuletzt war er wiederum eher Joker, aber sollte auf jeden Fall eingeplant sein für die nächste Saison. Dennis Tomala ist ja bereits seit 2016 bei Heidenheim unter Vertrag, hat in der aktuellen Saison 15 Spiele gemacht. Aber es ist dann schon relativ wenig für die Bundesliga. Auch wenn er noch Vertrag hat, könnte Tomala auf jeden Fall gehen. Damit hätten wir auch einen freien Kaderplatz und damit auch einen Platz für einen neuen Zehner. Denn auch hier braucht es einfach nochmal mehr Kreativität. Und damit sieht man auf jeden Fall, das Mittelfeldzentrum ist eine wirklich wichtige Baustelle im Sommer. Kommen wir zu einer Position, wo Heidenheim sicherlich die höchste individuelle Qualität hat. Und das ist die der Flügelspieler, wo wir aktuell Jan Niklas Beste, Florian Pick und Ehren Dingci unter Vertrag haben. Beste legt ja eine absolute Top-Saison hin, nachdem er jetzt auch endlich mal sich in der Bundesliga zeigen konnte. Die Chance wurde ihm ja zuvor zum Beispiel in Bremen nicht gegeben und hat ja bislang starke 9-Cent-Scrower gesammelt. Vor allem seine Standards sind eine unglaubliche Waffe, auch seine Distanzschüsse sind unglaublich stark. Und auch deswegen wurde er ja auch von Nagelsmann für den DFB nominiert, auch wenn er dann verletzungsbedingt abreisen musste. Auch hier ist klar, es wird Interesse geben. Auch Beste hat einen Markt, ähnlich wie zum Beispiel Meloni, bei nochmal etwas stärkeren Bundesligisten. Und deswegen könnte er auch gehen. Klar, Beste hat noch einen Vertrag bis 2025. Heidenheim kann ja auch ganz einfach sagen, nein, wir geben dich nicht ab. Und ich schätze auch keinen Heidenheim-Spieler so ein, dass er dann sagen würde, nee, dann streike ich mich weg. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber ich glaube wiederum auch nicht, dass Heidenheim es ablehnen würde, wenn man hier vielleicht sogar eine zweistellige Millionensumme bekommt, um eben auch dann nochmal den Kader an solches nochmal etwas besser aufstellen zu können. Aber natürlich ist klar, wenn Beste geht, muss auch Ersatz her. Und hier muss man logischerweise auch dann nach einem möglichen Stammspieler für die linke Seite suchen. Ich denke mal, Yannick das Beste wird auf jeden Fall unglaublich schwer sein zu ersetzen. Florian Pick kommt aktuell insgesamt auf 19 Spiele, wenn dann allerdings auch eigentlich nur von der Bank. Und so richtig überzeugend ist das eben auch nicht. Sein Vertrag läuft aus und den würde ich auch nicht verlängern. Damit bräuchten wir auch dann natürlich aber auch einen weiteren Flügelspieler für die linke Seite. Hier wäre dann mein Fokus eher auf einem jüngeren Talent als Herausforderer. Ehren Dingschi haben wir natürlich auch noch mit dabei als Gleichgabe von Werder Bremen, der insgesamt auf 12 Scorer kommt. Auch er hat sich damit zum ersten Mal so richtig in der Bundesliga präsentieren können. Auch er hat ja zuvor in Bremen keine allzu vielen Gelegenheiten dazu bekommen und sich endgültig durchgesetzt. Deswegen war der Wunsch in Heidenheim auch sehr, sehr groß, Dingschi zu behalten. Es gab eine Ausstiegstausel von ca. 5 Millionen Euro. Allerdings hat die eben jetzt Freiburg gezogen. Der Wechsel ist ja auch bereits offiziell. Auch hier braucht somit dringend Ersatz einen Neuzugang für die rechte Seite. Kevin Sesser würde ich dann hier eher als Ersatz für einplanen, damit wir auch dann vier gute Optionen haben. Es hätte schon sein können, dass man vielleicht auch Yannik das Beste nochmal eher vom Gefühle abgegeben hätte, wenn man Dingschi behalten hätte. Dadurch, dass Dingschi aber schon mal klar weg ist, für mich auch keine Zukunft bei Pick logisch ist, ist es vielleicht auch nochmal etwas klarer geworden, dass man Beste umso mehr halten will, weil er eben auch, finde ich, schwieriger zu hälzen sein wird als Dingschi. Aber trotzdem gehe ich hier sogar eher von drei Abgängen insgesamt aus. Eine Position bleibt noch übrig und das ist das Sturmzentrum mit Tim Kleindienst, Marvin Pieringer, Nikola Dovedan, Stefan Schimmer und Christian Kühlwetter. Tim Kleindienst ist ja ein Stürmer, der bereits in der vergangenen Zweitligasaison oder besser gesagt in den vergangenen Zweitliga-Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat und genau das tut er jetzt auch in der Bundesliga. Elf Tore konnte Kleindienst bereits erzielen und somit klappt es eben auch mit ihm in der ersten Liga. Auch hier wird es logisch sein, dass andere Vereine an ihm interessiert sein werden, aber Kleindienst ist ja sehr verbunden mit Heidenheim, weil er sehr genau, was er von diesem Verein hat und wird, ist mein Gefühl, auch relativ klar, dann auch in Heidenheim bleiben. Marvin Pieringer ist ja im letzten Sommer von Schalke 04 gekommen und die, die es von euch noch nicht wissen, ich bin ja selber auch Schalke-Fan, habe ihn deswegen auch schon zuvor die zwei Jahre verfolgt und mag Marvin Pieringer auch extrem als Spielertyp. Er hat da bislang sechs Scorer-Punkte in der Bundesliga liefern können, er zeigt immer wieder ganz gute Ansätze, kann sicherlich aber auch noch mehr und trotzdem sollte er auf jeden Fall eingeplant sein. Nikola Dovedan ist ja im letzten Sommer zurückgekommen, kommt bislang auf 17 Spiele und zwei Scorer-Punkte und hat als letztes wieder eine deutlich bessere Formkurve gezeigt. Dadurch könnte ich mir auch hier bei ihm eine Vertragsverlängerung vorstellen, weil er auch einfach für die Kaderbreite mit seiner Erfahrung eine wichtige Option darstellt. Stefan Schimmer ist ja wie auch schon zu Zweitliga-Zeiten größtenteils der Backup im Offensivbereich und spielt insgesamt aber auch schon sehr wenig und deswegen kann ich mir bei ihm, ähnlich wie bei Dennis Tomala, eine Trennung trotz Vertrages im Sommer vorstellen. Denn auch hier wäre ein freier Kaderplatz gar nicht mal so verkehrt, um nochmal einen weiteren Stürmer hinzuzuholen, eben dann eine Alternative zu Kleindienst. Und Pieringer, Christian Kühlwetter, war ja mal zu Zweitliga-Zeiten gesetzt und da ein richtig guter Stürmer, hat allerdings in der aktuellen Sonne nur ein einziges Mal gespielt und das beim Pokal. Also in der Bundesliga kam Kühlwetter bis dann noch gar nicht zum Einsatz. Sein Vertrag läuft aus und somit wird der Ablöse frei gehen. Dafür braucht es aber auch dann sicherlich keinen Ersatz. Auch auf die verliehenen Spieler werfen wir natürlich nochmal einen Blick in jeder Kaderplanung. Bei Heidenheim ist das nur Tim Köther. Der war ja nominell Flügelspieler, spielt mittlerweile beim MSV Duisburg sogar eher als Linkserteidiger und war zwischenzeitlich mal gesetzt. Die letzten Wochen kam er dann eher wieder nur von der Bank. Ich glaube schon, dass Duisburg generell Interesse hätte, Köther vielleicht sogar länger zu halten, aber der MSV steht ja, ich finde schon, dass man dort sogar sagen kann, leider vor dem Abstieg in die vierte Liga und deswegen wird Köther sicherlich erstmal zurückkehren, hat aber, finde ich, dann keine Zukunft in Heidenheim. In der Übersicht der potenziellen Neunzünger sieht man noch nochmal ganz gut, wie groß der Bedarf sein wird, im Sommer nochmal neue Spiele an Bord zu holen, plus eben auch, auf welchen Positionen das sein wird. Im Tor muss sich auf jeden Fall nicht wirklich viel ändern, auch nicht zwingend im Sturmzentrum. Sollte man dort Einzelspiele abgeben, könnte es aber auch durchaus wertvoll sein, nochmal eine weitere Möglichkeit zu holen. In der Abwehr sehe ich auf jeden Fall nicht die zwingende Maßnahme, neue Stammspieler zu holen. Da geht es wirklich eher darum, rechts hinten wie links hinten, zwei gute junge Alternativen hinzuzuholen. Ähnliches Thema auch in der Innenverteidigung. Also das wären eher passende, gute Transfers für die Kaderbreite. Im Mittelfeldzentrum ist das auf jeden Fall etwas anders. Wenn Meloni geht, dann braucht es auch einen starken 9-6er. Generell kann es auf der 8. Position nicht schaden, etwas mehr spielerische Qualität reinzuholen, genauso wie auf der 10 in puncto Kreativität. Auf den Flügeln hängt logischerweise sehr viel davon ab, ob Beste bleibt oder nicht. Wenn er geht, dann braucht man nicht nur für Ding Chi einen Stammspieler, sondern eben auch für Jan Niklas Beste. Und genau aus dieser Kaderplanung ergibt sich dann mal ein Blick auf die potenzielle Startelf. Und die würde dann in der kommenden Saison genau so aussehen. Ich habe jetzt erstmal, wie auch in den letzten Spielen, mit einem 4-2-3-1-System geplant. Ab und an spielt Heidelheim ja auch mal in einem 4-1-3-2-System. Da ist man ja durchaus flexibel aufgestellt, aber so würde es eben dann mal aussehen. Wir hätten Müller natürlich weiter in dem Tor, in diesem Falle vor Eicher und Schernoth. In der Viererkette wäre sogar in Sachen Stammspieler erstmal alles so, wie es aktuell ist, mit Traoré, Meinker, Gimba und Föhrenbach. Währenddessen wir aber auch dann auf beiden Außenbahnen nochmal neue Spieler hätten, plus Teuerkauf als weitere Alternative. In der Innenverteidigung bräuchte es dann nochmal einen guten Ersatz, für die beiden Gesetzten, plus vielleicht auch einen Ersatz für Keller. Nihuis könnte hier logischerweise auch aushelfen. Der wäre dann auf jeden Fall auf der 6 erstmal als Backup eingeplant, genauso wie Gimba für eben dann den neuen 6er. Schöpner würde auf jeden Fall nochmal neben Sessa neue Konkurrenz bekommen. Mit dem neuen 8er wäre aber hier erstmal gesetzt. Denn wir hätten im Mittelfeld schon genügend Änderungen durch eine komplett neue offensive Dreierreihe. Natürlich hätten wir neue Flügelspieler. Sessa plus weitere Neuzung als Alternative und sicherlich auch dann nochmal einen neuen 10er. Beck, Dovedan oder auch bei der Doppelspitze Pieringer wären dann hier noch die weiteren Optionen. Kleindienst ist natürlich im Sturmzentrum ganz klar gesetzt. Und somit ist das also mal meine Kaderplanung für den 1. FC Heidenheim. Und jetzt interessiert mich natürlich auch mal eure Meinung dazu. Vor allem von den Fans von Heidenheim, die das Video angeschaut haben, interessiert es mich mal sehr, ob ich euren Verein vernünftig und korrekt eingeschätzt habe. Natürlich sind wir auch jetzt hier von dem Worst-Case-Szenario, würde ich mal sagen, ausgegangen, dass neben Ding Chi auch noch weitere Stammspieler wie Meloni und Beste gehen. Vielleicht kann man sogar beide halten und geht ins letzte Vertrag, sei bei Meloni vielleicht aber auch nicht. Und trotzdem wollte ich mal ganz gerne darüber sprechen, was passiert, wenn denn mehrere Topspieler gehen und auf welchen Positionen es eben auch dann Veränderungen braucht. Also schreibt eure mögliche Startelf für Heidenheim mal gerne in die Kommentare für die neue Saison. Schaut auch gerne weitere Vereine für das Hormat Kaderplanung vor und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Keine F sim. Vorges000